im internet gibt es ja einen haufen perverse 90 prozent der aller perverse im internet tummeln sich im kommentarbereich von palina roginski ist instagram seite auch das ist kein geheimnis aber wir haben jetzt einen plan entwickelt wie wir die da vertreiben und wie genau das aussieht und was bernd damit zu tun hat seht ihr bei late night berlin gleich pro 7